Weil es schlicht und einfach Spaß macht. Also die Bewohnerarbeit, den Menschen einen schönen Lebensabend zu bereiten und dafür im Grunde alles zu tun, was uns möglich ist. Weil ich das jetzt schon seit 1999 mache und die Pflege macht mir unwahrscheinlich viel Spaß. Es ist jeden Tag eine Wundertüte. Weil ich gerade in der ambulanten Pflege es auch als Geschenk empfinde, Menschen einen kurzen Weg oder auch manchmal einen langen Weg bis zum Ende ihres Lebens übergleiten zu dürfen. Weil ich jeden Tag neue Herausforderungen meistern kann und auch für die Zukunft spannende Themenfelder habe und einfach sichern Arbeitsplatz. Weil Pflege für mich einfach ziemlich inspirierend ist, die tägliche Arbeit am Menschen. Weil Altenpflege Sinn macht und weil Teamarbeit einfach schön ist. Weil bei uns in der Tagespflege viele verschiedene Leute zusammenkommen. Für manche ist es ein Klassentreffen, da sie sich von früher noch kennen und ich finde es einfach wunderbar zu sehen, wenn die Senioren aus sich rauskommen, wieder aufblühen, von früher erzählen und wir gemeinsam einen tollen Tag erleben können. 1 3 7 8 8 8